Ja, herzlichen Dank für die kleine Einführung an Herrn Jenicke. Ich freue mich, hier sein zu können. Mein Name ist Bernd Dreyer von der Hochschule Kempten, das haben Sie schon gehört. Ich werde Ihnen in der nächsten halben Stunde etwas über UI, UX erzählen, beziehungsweise eigentlich um den Kern des Themas aus meiner Sicht. Und wenn Sie den Titel sehen, von Marketing-Schlagworten zur Realisierung, Disability Engineering in modernen Softwareprojekten, gut, ist natürlich ein bisschen viel für eine halbe Stunde, aber ich denke, hoffe, dass ich Ihnen nochmal einen Einstieg geben kann, einen Einstieg geben kann in diese Welt, in die Themen, die mir wichtig sind, die ich denke, dass wichtig sind und vielleicht gegen Ende hin auch so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, Innovatives, auch in diesem Thema noch, was ja an sich schon ein innovatives Thema ist. Die erste Frage vorneweg, ich habe meinen Namen gesagt, aber vielleicht fragen Sie sich ja auch, wie komme ich eigentlich hierher, und also warum bin gerade ich hier, beziehungsweise was habe ich also schon getan? Ich habe, nicht erschrecken, 1993 mal Mathematik studiert. Ich habe im weiteren Lebenslauf versucht, diese Schmach wieder gut zu machen. Es war also schon mit Nebenverinformatik, mag vielleicht Entschuldigung sein oder auch nicht. Nein, keine Entschuldigung, ich bereue das jetzt überhaupt nicht. Ich habe promoviert in einem tatsächlich recht technischen Thema Paralleles und verteiltes Rechnen, dort Distributed Jet Memory System, also Simulation von nicht vorhandenem gemeinsamen Speicher. Ich war bis 2004 dann bei einem Unternehmen hier in München, die SD&M AG, die es in der Form mittlerweile nicht mehr gibt, die ist aufgegangen in der Capgemini, ist vielleicht von der Ausrichtung her auch gar nicht so unähnlich zu dem, zumindest damals gewesen, was Saxonia tut, und habe dort Software entwickelt, habe dann auch schnell aber die Liebe festgestellt, weniger in den tiefen technischen Details zu bleiben, sondern mehr, deswegen fachliches Chefdesign steht da. Das war damals, gab es den Begriff UX, gab es damals nicht. Das war im Prinzip die Richtung, Requirements Engineering würde man heute wohl auch sagen. Danach war ich bei einem kleinen Unternehmen, das eigentlich eine Liebe bei mir geweckt hat, dass dieses kleine Unternehmen um die Jahrtausendwende herum, Internet-Hype, wir erinnern uns, habe ich also alles mitgemacht, war toll, spannender war es zu überleben, nachdem die Blase geplatzt ist. Wir haben überlebt, das Unternehmen gibt es im Prinzip heute noch, wurde dann verkauft, aber im Grunde gibt es das noch. Und dort habe ich einiges zu tun gehabt über das Thema E-Learning, Online-Lernen, Systeme bauen für Online-Lernen, über die Pädagogik und Didaktik. Das heißt, ich habe mich dann zum ersten Mal eigentlich so intensiver damit beschäftigt, was macht den Menschen eigentlich aus, was bewegt den, wenn er vor der Kiste in Anführungszeichen sitzt. Und seit 2004 bin ich Professor für zwei Lehrgebiete an der Hochschule in Kempten, Computergrafik, da tobt sich meine mathematische Hälfte aus, und eben Interaktionsdesign. Und das ist das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Ich habe sehr viel mitgearbeitet in dem neuen Studiengang mittlerweile, jetzt ganz neu, Game Engineering, also wir qualifizieren Studierende dazu, eben Spiele zu entwickeln, vorwiegend aus technischer Sicht, aber natürlich auch vom Game Design her. Wir bewegen mich in Forschungsprojekten zu verschiedenen Themen, auch zu Computer Vision, Bildverarbeitung, Usability, oder eben auch Bildsynthese, also der klassischere Computergrafikbereich. Und daneben, deswegen bin ich heute hier, deswegen als letzter Punkt auch, bin ich in einigen Projekten in Unternehmen unterwegs. An Fachhochschulen ist es ja durchaus üblich, dass Professoren also auch außerhalb der Hochschule was tun, und auch mir besonders wichtig, weil man sonst ein bisschen die Bodenhaftung verliert. Ich sage ja auch immer gern mal, Lehrer müssen auch mal sehen, wie es draußen abläuft. Genau dasselbe gilt aus meiner Sicht für Professoren. Denn Professoren, die nie im Unternehmen waren, die nicht wissen, was die Fragestellungen der Unternehmen draußen sind, können eigentlich schwerlich Studierende ausbilden, um dann den Berufsalltag zu überstehen. User-Centered Design. User-Centered Design hat den Benutzer im Mittelpunkt. Diese Figur hier ist aus den 80er Jahren Hermann der User. Es sind zumindest einige im Raum, die ihn noch kennen könnten aus damaliger Zeit. Ich kenne ihn, das war also eine Figur, die damals dem Amiga-Magazin, Commodore Amiga, entstammte. Ich habe es deswegen hier als Bild reingenommen, weil man eigentlich in den 80er Jahren schon wusste, was das Ziel ist. Das Ziel also nicht, dass jemand auf den Computer eintritt, sondern dass er sozusagen glücklich ist mit dem, was er für die Unterstützung im Computer findet. Und diese Felder, die Sie außen rum lesen, zeigen aus meiner Sicht eines, wir sehen eigentlich den User oft in nur einzelnen kleinen Teilbereichen. Nämlich das, was sein Job ist. Wir nehmen fachliche Anforderungen auf, wir wissen, was er tun soll, wie die Arbeitsabläufe sind, aber wir beschäftigen uns zu wenig mit dem Menschen an sich. Und diese Kärtchen zeigen Ihnen neben Dinge, auf die man vielleicht schneller kommt, körperliches Alter, Geschlecht, Gesundheit, Erwartungen, Erfahrungen, es sind ja auch fachliche Vorerfahrungen da, das geht hin bis zur Begriffsbildung, aber auch Kontext und letzten Endes sogar soziales Gruppenzugehörigkeit. All das macht den Menschen aus, der am Rechner sitzt, und eben unsere Software bedienen soll, sagt man im Deutschen. Haben Sie gemerkt? Der Mensch soll die Software bedienen. Ist falsch rum, oder? Eigentlich bauen wir die Software, damit sie den Menschen bedient. Aber schon die Art und Weise, die wir im Deutschen in der Formulierung verwenden, zeigt, dass wir da vielleicht Nachholbedarf haben. Nachholbedarf in Deutsch, was ist typisch Deutsch? Ich habe mal bei Google nach Bildern gesucht, typisch Deutsch. Ich habe Folgendes gefunden. Das, spiegel.de, wenn man typisch Deutsch sucht, sagt das. Ein extrem musterartig angerichtetes Frühstück. Kann man sich verschiedenes denken. Dann habe ich das gefunden. Gut, das ist wohl ein Klassiker. Und ich habe, und das finde ich besonders passend, das gefunden. Wir sind hier in München, Oktoberfest. Da wird gemessen, ob die Maß richtig eingeschenkt ist. Am Ende der Maß wird sie eigentlich nie ausgetrunken, weil das Restliche immer Lack ist. Das heißt, ganz wichtig, sie muss voll sein, gut eingeschenkt, aber wir trinken sie eigentlich fast nicht aus. Also wir haben in Deutschland einen Hang dazu, es genau wissen zu wollen und genau messen zu können. Oder man kann auch von der anderen Seite hingehen, Vorsicht, provokativ, Typisch Deutsch ist Andi Brehme gewesen. Oder Briegel, wer sich noch erinnern kann, die Walz aus der Pfalz hieß es, glaube ich, oder? Typisch Deutsche Tugenden, Ingenieurswissenschaften haben wir in die große Welt exportiert. Bottom-up, das strahlt auf die Lehre aus an den Hochschulen, ist es sehr, sehr typisch im zentraleuropäischen, vor allem aber in Deutschland, dass also man dem Studierenden nicht verrät, wie irgendwas am Ende geht, da wo es Spaß machen würde, wo man sieht, was rauskommt, in der Computergrafik kann ich das aus eigener Erfahrung sagen, wenn er nicht jede Grundlage unten verstanden hat. Das ist aus didaktischer Sicht manchmal ganz schön hart. Aber eine typische Herangehensweise, das hat schon, ich habe selber Mathematik studiert und stehe da auch dazu, das hat natürlich schon seinen Charme, wenn man erst mal die Grundlagen macht, man kann es auch positiver formulieren. Wir machen erst die Grundlagen und darauf können wir aufbauen. Aber es ist etwas, was tatsächlich eigentlich sehr typisch ist. Nicht typisch Deutsch, sehr häufig in Amerika auch zu finden, Top-Down, das heißt auch bei Lehrbüchern, ich greife das Beispiel nochmal auf, haben Sie sehr häufig Top-Down-Approach. Sie fangen an, können schon was tun und haben halt darunter noch ein paar Blackboxes. Da können Sie jetzt nicht reinsehen, aber sukzessive sehen Sie dann, wie das in den Blackboxes funktioniert. Sie haben aber von Anfang an die Motivation. Özil, weil ja gerade ist ja gerade Weltmeisterschaft wieder, hat nicht unbedingt die Spielweise, die man typisch Deutsch nennen würde, aber man wandelt sich ja auch. Extreme Programming, um auch wieder aus der Softwarewelt was zu nehmen, auch nicht typisch Deutsch. Jetzt haben Sie vielleicht so ein bisschen ein Fragezeichen auf der Stirn und fragen sich, warum erzählt uns der jetzt irgendwas über typisch Deutsch? Ich meine, ganz nett, aber was hat das mit unserem Thema zu tun? Das hat eigentlich aus meiner Sicht schon relativ viel zu tun. Wenn wir erstmal hingucken, wie definieren eigentlich Anwender einerseits und Unternehmen vielleicht andererseits, vielleicht aber auch auf derselben Seite Erfolg? Dann muss ich bei Unternehmen sagen, da bin ich jetzt überhaupt kein Experte, aber ich würde grundsätzlich sagen, im Fall von Endkunden ist ja wieder der einzelne Mensch der Kunde. Ansonsten, was möchte das Unternehmen? Es gibt viele Ziele, aber grundsätzlich muss man sagen, motivierte, zufriedene Mitarbeiter arbeiten am besten und am schnellsten. Also um das von den Unternehmen vorwegzunehmen, bei den Menschen an sich, sagt, User Experience wird definiert in einer DIN, E-N-I-S-O, also da gibt es Normen dafür, und da wird gesagt, a person's perceptions and responses that reside from the use of anticipated use of a product, system or service. Ja, das ist relativ abstrakt, aber eine Norm. Man kann es, wenn man die Norm genauer anguckt, im Prinzip zusammenfassen, Functionality, Efficiency und Desirability. Immer wenn Sie eine Benutzeroberfläche gestalten, sind das die Ziele, die Sie leiten sollten. Alle drei. Was ich mit der rechten Spalte, mit dem Unternehmen hier versucht habe, nochmal klarzumachen, ist, das ist eigentlich auch das Ziel des Unternehmens, weil es letzten Endes Ziel des Unternehmens ist, die Mitarbeiter möglichst produktiv zu haben. Diese drei Begriffe hört sich einfach an. Wir werden ein bisschen was uns dazu angucken. Und jetzt ist es natürlich erstmal so, Anglizismen, jetzt habe ich damit angefangen. Es gibt aber verschiedene Begriffe in dem Bereich, die sich nicht gut übersetzen lassen. Zum Beispiel Desirability. Finde ich keine so besonders geeignete deutsche Übersetzung. Deswegen hier auf Englisch. Und jetzt schließt sich der Kreis. Warum habe ich Ihnen gesagt, was ist typisch Deutsch? Es gibt eine große, große Leitnorm für Usability. Das ist auch eine DIN ISO, das heißt also weltweit gültig und einheitlich. Diese hat auch die drei Ziele, und jetzt sehen Sie übrigens Effektivität, Effizienz. Bei Effektivität kann man Functionality, wie ich es genannt habe, so drunter, sicherlich drunter verstehen. Da ganz rechts sehen wir jetzt Zufriedenstellung. Da hatte ich vorher Desirability. Zufriedenstellung ist in keiner Weise eine Übersetzung von Desirability. Das ist aber quasi die deutsche Übersetzung. Das Beste also, was man erreichen will im deutschen Sprachgebrauch, er ist zufrieden, er gibt Ruhe. Das ist aus meiner Sicht nicht das Ziel. Und diese Normen haben eben einen, die befriedigen ein großes Bedürfnis, gerade für uns in Deutschland. Deswegen habe ich das so als Einstieg aufgenommen, nämlich Messbarkeit. Wir möchten von Anfang an, Sie erinnern sich an den Herrn mit dem Pilzglas, ich hatte das Beispiel vom Oktoberfest mit dem Maßkrug, wir möchten alles messen. Im Grunde genommen eine sehr gute Sache, weil man, wenn man Verträge schließt, zum Beispiel mit einem Auftragnehmer, der soll mir ein Stück Software entwickeln, sage ich mal ganz flapsig, dann ist es ja schon ganz gut, wenn man reinschreibt, was das Ziel ist, möglichst genau. Jetzt ist ja so die Frage, wie machen wir das bei UX? Was schreiben wir da rein? Das ist nicht so ganz einfach. Und deswegen steht in dieser Norm, eben einzelne, die sind jetzt klein, das ist auch nicht so gedacht, dass Sie das einzeln lesen können, da müsste man viel dazu sagen, wenn man die einzelnen Themen ansprechen will. Das will ich in der Kürze der Zeit nicht tun, aber diese Normen sind ganz gut, um Software zu beurteilen. aber, und das ist eben der Punkt, den ich kritisch sehe an diesen Normen, sie sind ausgelegt auf Messbarkeit, sie zerstören so ein bisschen den kreativen Prozess. Und der kreative Prozess ist der, der eigentlich wichtig ist. Das heißt, was wir wollen, wir wollen in einem kreativen Prozess sicher ans Ziel kommen, und das sind eigentlich so ein bisschen konkurrierende Dinge, zumindest, also gerade so als Softwareentwickler, technisch denkende Menschen, sage ich mal, sagt man immer, kreativ heißt, da denke ich eher an Chaos, als an sich ans Ziel kommen. Vielleicht nicht gerade Chaos, aber dann doch schon, es ist schon konkurrierend, denke ich. Das heißt, was wir aber brauchen, ist ein nachvollziehbarer, steuerbarer Entwicklungsprozess. Wir möchten nicht offensichtliche Anforderungen finden. Man kann jetzt natürlich, ich verwende, hier sehen Sie einen Apple Computer, das muss ich praktisch immer, wenn ich über das Thema rede, ansonsten mag ich Windows viel lieber. Nein, war ein Scherz. Aber mit dem iPhone hat Apple gezeigt, dass es nicht offensichtliche Anforderungen gibt, mit denen man Menschen begeistern kann. Das waren Anforderungen, die die Welt damals gar nicht, die Welt wusste gar nicht, dass es die Anforderungen hat. Die Welt wusste gar nicht, dass es unterwegs irgendwie richtig ein bisschen größer Videos gucken will und noch mehr Integration von den Smartphones, Mails auf Smartphones schreiben, ging natürlich vorher schon mit Blackberries, aber doch in einer ganz anderen Art und Weise. Das heißt, da würde ein, wenn man aus der Betriebswirtschaftslehre käme, würde man ja sagen, es gibt den Markt, im Markt gibt es ein Bedürfnis. Hier würde ein Markt bedient, den es noch gar nicht gab und ein Bedürfnis, von dem keiner was wusste. Das ist eigentlich das, wo man auch zumindest drauf gucken will. Ich habe nachher auch ein paar Beispiele, konkrete Beispiele aus der Softwareentwicklung, dann wird es vielleicht noch klarer. Konkrete Ziele festlegen. Wer und wie sind meine Anwender? Da hatte ich am Anfang schon was gesagt. Konkrete Ziele festlegen. Jetzt spreche ich selber eine Lanze für die Messbarkeit. Messbarkeit ist gerade bei Usability sehr wichtig. Man kann nicht in Verträge oder in Ziele schreiben, wir möchten eine tolle Usability haben. Man muss es konkreter machen. Da könnte man jetzt eigene Vorträge darüber halten. Das werde ich nicht schaffen, aber das geht tatsächlich. So ein paar grundsätzliche Punkte, wozu wir neigen, sehr früh konkrete Designvorschläge machen. Das ist ganz schlecht. Aus meiner Überzeugung und auch aus der Erfahrung aus Projekten. Warum? Wenn Sie einen Vorschlag machen, dann werden Sie Feedback zu dem Vorschlag bekommen. Das ist wie von München, hier sind die Berge ja nicht weit. Wenn Sie jetzt irgendwo anfangen loszulaufen und von da aus immer nach oben laufen, werden Sie höchstwahrscheinlich nie auf den Gipfel kommen, auf den Sie wollen. Was ist der Bezug? Wenn Sie einen Prototypen ins Rennen werfen, werden Sie einen Prototypen immer rumverbessern, bis das Beste aus diesen Prototypen rauskommt. Aber Sie werden das Optimum wahrscheinlich nie finden, weil Sie das nur gefunden hätten, wenn Sie wo ganz anders angefangen hätten. Deswegen bin ich ein ganz großer Gegner, sehr früh formale Prototypen zu haben. Auch nicht früh am Gullbilder anfangen. Besser skribbeln, ich habe nachher ein paar Screenshots, Papierprototypen. Auf gar keinen Fall unbelegte Annahmen treffen. Da gibt es so Aussagen, zu denen auch vielleicht mal Entwickler neigen. Das ist doch jedem klar. Das ist so kommt daher, dass man sagt, es ist mir klar. Und wenn es mir so sonnenklar ist, dann muss es jedem klar sein. Aber die Menschen denken eben sehr verschieden. Da gibt es einen, einen möglichen Prozess, den ich sehr gerne verfolge, der stammt aus dem Buch von einem Kollegen, dem David Bennion aus Schottland. Der sagt, vier wesentliche Bausteine, das ist jetzt auch nicht was großartig, ganz Neues. Es ist aber interessant, Evaluate im Zentrum zu sehen. In typischen Software-Entwicklungsprozessen, auch bei GUI-Entwicklung, sehen wir Evaluate irgendwo am Ende des Prozesses. Das ist aus meiner Sicht deswegen schlecht, weil man dann am Ende rauskriegt, dass man es falsch gemacht hat. Dann kann ich quasi von vorne anfangen, das macht es, ist nicht möglich in der Regel. Dann steht hier rechts oben Understand. Habe ich nicht übersetzt, auch nicht übersetzt, weil das eben Verständnis drückt es nicht aus. Understand heißt, ich möchte den Menschen kennenlernen, ich möchte wissen, ich möchte verstehen, wie der ist, was der tut, in welchem Kontext. Sehen wir gleich noch was dazu. Envision ist dann so eine erste grobe Vorstellung, eine Vision entwickeln, was da rauskommen kann. Und hier unten gibt es den großen Block Design und das Physical Design quasi, da wären wir im Bereich der Prototypen. Und das Spannende dabei ist jetzt dieses, das kann nur hier rechts unten iterativ und nicht zeitlich geordnet sein. Die Pfeile gehen alle in beide Richtungen, das heißt, ich kann jederzeit zu anderen Phasen zurückkehren. Und das ist wichtig. Jetzt ist es trotzdem, vorher habe ich gesagt, ich möchte einen nachvollziehbaren Prozess, um sicher ans Ziel zu kommen. jetzt habe ich so ganz Vorgehensweisen in ganz verschiedene Richtungen, ohne dass wir es ganz im Detail anschauen, aber um so ein bisschen zu sehen, wo wir in diesen Bereichen Understanding und Envision uns bewegen. Es gibt, packt werde ich gleich noch was dazu sagen, Personas, User-Szenarios. Es gibt also Mechanismen, wo man wirklich, also man kennt es auch als User-Stories, aus der klassischen Software-Entwicklung, und das ist durchaus ähnlich, wo man wirklich hingeht und frei aufschreibt, welche Menschen was tun. Und davon ausgehend kann man das immer weiter, konzeptionelles Szenario, konkret, da geht es dann schon zum Beispiel um Interaktion, das heißt, wir sagen dann schon, der Anwender tut dies, die Software tut jenes, und als Reaktion darauf kann der Anwender wieder was tun. Bis hier runter zum physischen oder physical design. sein. Das heißt, auch das ist schon ein, ich habe es ja treppenartig dargestellt, das ist schon ein nachvollziehbarer Prozess, der durchaus immer konkreter wird, sodass wir also wirklich sagen können, wir kommen sicher ans Ziel, aber bis hier, bis hierhin haben wir keinen einzelnen Prototypen gesehen. Und das ist wichtig, wir müssen erst sicher sein, dass wir eigentlich richtig verstanden haben, was wir da tun. und wenn man dieses Stichwort packt, das ich da drauf habe, mit aufgreift, das ist auch nach der Methodologie von Banyan, gibt es aber in ähnlicher Form auch anders, dann haben wir in dem Zentrum die Menschen. Und diese Menschen müssen wir nicht auf unserem Schoß sitzen haben, aber zum Beispiel mit dem Konzept von Personas, was auf der letzten Folie als Stichwort stand, das heißt mit virtuellen Persönlichkeiten, Personen, die man beschreibt, kann man trotzdem mit solchen Menschen arbeiten. Und jetzt heißt es Pakt, das heißt deswegen Pakt, weil wir People, Activities in Kontext und mit Technologies haben. Das heißt, wir analysieren am Start eines jeden Projektes, welche Menschen sind da, was tun die Activities, das ist wohl das, was man am ehesten sowieso tun würde. Was sehr häufig vergessen wird, ist der Kontext. Das da oben ganz klein, ist der Leitstand von einem Atomkraftwerk. Ein anderer Kontext, da kann man Bestienungen mit Wischgesten, die missverständlich sind, sind da eher nicht angebracht. Die vielleicht mal, also da braucht man eine 100%-Regel. Eine 99%-Regel, die mir viel Spaß beim Bedienen macht, bringt mich da nicht weiter. Hier geht es um ein Projekt, das wir an der Hochschule machen, da werde ich gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Da geht es um Informationssysteme für Elektrofahrzeuge, reine Elektrofahrzeuge. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, was das bringt, aus einem konkreten Projekt, das ich gemacht habe, da ging es um die Entwicklung eines Logistiksystems. Das heißt, wir haben Handhelds im LKW, die im Prinzip den Fahrern erlauben, zu sagen, ich habe gerade die Palette oder was auch immer abgeladen, ich bin jetzt hier und dort, als nächster Schritt passiert dies und jenes. Jetzt kann man sich vorstellen, LKW-Fahrer hatten es ja früher auch besser, bevor es diese ganzen Logistiksysteme gab. Weil da konnten die zwischendrin mal jemanden Bekannten besuchen und das war alles ein bisschen lockerer. Mittlerweile sind die komplett durchgetaktet und überwacht. Warum ist es wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil es gegen die Einführung der Software eher Widerstände gibt. Das heißt, man ist nicht begeistert, dass man nichts tun muss. Das heißt, ich habe da Leute sitzen, für die das ganz einfach und ganz sicher funktionieren muss. Und wenn wir uns das genauer jetzt angucken, also Sendungsverfolgung, Routing, Kontext, Fahrerkabine, Fahrer haben kein Eigeninteresse, habe ich gerade gesagt und Handhelds und dann guckt man sich die Menschen eben mal an, wenn man eine Pact-Analyse macht und stellt fest, hups, deren Finger sind mindestens zweimal meine Finger. Ist ja nicht negativ, aber das ist so. Und jetzt schauen wir uns mal die Touchscreens an, wo wir schon hier, wo wir doch die meisten so Bleistifthalter sind. Wir haben schon Probleme. Jetzt gebe ich so eine Software einem LKW-Fahrer. Was haben wir getan? Wir haben diesen Softball da rechts genommen und haben damit die ganze GUI getestet. Immer wieder in jedem Entwicklungsstand. Und haben gesagt, wenn sie mit dem Softball geht, dann ist sie eben auch mit einfach dickeren Fingern gut bedienbar. Und auf sowas kommt man eben zum Beispiel, wenn man das macht. Vielleicht wäre man sonst auch drauf gekommen, kann ich gar nicht sagen. Aber so kommt man eben sicher darauf. Dann haben wir hier ein kleines Szenario. Das müssen wir nicht ganz durchlesen. Ich sage Ihnen so ungefähr, was da drin steht. Da ging es darum, touristischer Hintergrund im Allgäu, Elektrofahrzeuge. Wir haben uns angeguckt, also touristischer Hintergrund heißt auch, das sollten genutzt werden, die Elektrofahrzeuge, bei Hotels von Touristen tatsächlich, von Gästen der Hotels oder auch Tagesgästen. Und dann haben wir uns angeguckt, was machen die Leute eigentlich da. Wir sind zu den Hotels gefahren, haben mit denen gesprochen und gesagt, was machen eigentlich eure Gäste so. Übrigens unterscheidet auch den guten Hotelier von einem mittelmäßigen, dass der Gute weiß, was sie tun. Nicht alle wussten genau, was sie tun. Ich kann mein Business nur dann auf meine Gäste ausrichten, wenn ich die Gäste kenne. Es ist im Prinzip dieselbe Denkweise, die wir bei User Experience haben, in einem anderen Thema. Ja und dann haben die gesagt, die fahren im Prinzip auch einfach rum. Im Allgäu ist es so schön, sodass sie nicht sagen, wie die meisten von uns, die halt ein Navi zum Beispiel im Auto bedienen, sagen, ich fahre jetzt da hin, bring mich schnellstens da hin, sondern die cruisen einfach durch die Gegend, weil es eh so viel schöne Landschaft zu sehen gibt und so weiter. Und als zweites kommt natürlich darauf dazu, dass man beim Elektrofahrzeug eine Sache sicher weiß, nämlich, dass Nachtanken langwierig ist. Ich kann also nicht fahren, bis der Tank leer ist, dann brauche ich einen Abschleppwagen. Das heißt, ich muss sicher sein, dass ich wieder ankomme. So und wenn wir jetzt da gucken, in den Geschichten, die wir geschrieben haben, kam eben raus, war das hier im Beamer vom Kontrast ein bisschen schlecht, aber es geht hoffentlich noch, im näheren Umkreis viele Sehenswürdigkeiten und dass man jetzt sagt, ich habe einen Ladezustand, das ist wohl angezeigt, wird eine Reichweite von 42 bis 48 Kilometer. Rudolf will ohne festes Ziel umherfahren, also fährt er ohne Eingabe los. Das ist jetzt fünf Jahre her, das war 2009. Da war das, was ich jetzt gleich zeige, nicht üblich. Typischerweise haben wir alle in unseren Autos eine Reichweitenanzeige. Deswegen stand es auch hier so. Für ein Elektrofahrzeug ist die Auswirkung, wenn ich stehen bleibe, einfach viel größer. Und deswegen haben wir Folgendes gemacht, wir zeigen dem Anwender quasi an, in dem grünen Bereich kommst du hin und zurück, in dem gelben Bereich kommst du nur hin. Das war etwas, was dann Projektmarkenzeichen war und was mittlerweile alle Elektromobilprojekte in Deutschland uns nachgemacht haben. Darauf kommt man, wenn man eben solche, wenn man seine Hausaufgaben macht schlicht. Jetzt zum Usability Engineering, Wasserfallmodell. Vorher habe ich gesagt, iterativ, zeitlich nicht geordnet. Wenn ich Software im Wasserfallmodell entwickle, dann habe ich einfach, das geht schon, dann ein gutes Usability Engineering zu machen. Aber das passt nicht besonders gut zusammen. Weil die typische Vorgehensweise ist dann, wir machen Design und danach machen wir die Implementierung. Und an dem Schnittpunkt der beiden kommt die Übergabe. Jetzt haben wir vorher, Sie erinnern sich an das Bild mit den Schnipseln, haben wir gesagt, Evaluate steht im Zentrum. Da frage ich mich hier natürlich, wann soll ich dann evaluieren? Dann müsste ich hier vorher schon ganz viele Zyklen machen. Passt nicht so besonders gut zum Usability Engineering Prozess. Das heißt, was man sehr, sehr gut zum Beispiel tun kann und was ein relativ junges Thema ist, wo wir jetzt eben recht aktiv sind, ist, wenn man agile Softwareentwicklungsmethoden sich anguckt, dann hat man da von Haus aus eine sehr, sehr gute Passfähigkeit eigentlich des Softwareentwicklungsprozesses zusammen mit dem Usability Engineering Prozess. Beide haben iterative Entwicklungen als Grundbedingung. Man kann sehr früh erproben, ob UI-IDen technisch gut funktionieren. Nicht erst, wenn ich komplett das GUI spezifiziert habe, dann festzustellen, dass bestimmte neue Frameworks, es gibt ja immer neue, tolle Frameworks, die total super sind und wenn man sie dann einsetzt, stellt man fest, ups, da gibt es bestimmte Dinge, die hat noch keiner ausprobiert. Bestimmte Dinge, die langsam sind, die vielleicht so in der Art und Weise, die man als selbstverständlich angenommen hat, die halt nicht funktionieren. Das sieht man früh. Pakt und Szenarien können früh verwendet werden und jetzt kann man eben das UX-Team in das Team der Entwicklung als festen Bestandteil integrieren. So, und jetzt kommt sozusagen das, was für die meisten sehr schwierig ist, End-User-Beteiligung in jeder Iteration. Da stellt man sich natürlich jetzt sofort vor, dass in jeder Projektsitzung praktisch End-User sitzen muss. Nein, das wird natürlich nicht funktionieren. Da gibt es eine Vielzahl von Methoden, die man verwenden kann, um die End-User eben entsprechend zu berücksichtigen und sicher zu sein, dass man das Richtige tut. Was man braucht, das muss man auch klar sagen, wenn man das verbindet, man braucht einen halben bis ganzen Sprint-Vorsprung für das UX-Team. Die müssen im Prinzip immer voraus sein, ein Stück weit, zur Implementierung, weil ich jetzt sonst ja noch nicht wirklich nachvollziehbar weiß, was in dem Sprint dann implementiert werden soll. Und wir brauchen tatsächlich einen Vorentwurf für das gesamte System. Das heißt, ich muss einmal für das gesamte System wissen, was ungefähr drin sein soll. Aber das ist nicht so schlimm. Das heißt, ich hatte vorher gesagt, Lo-Fi-Prototypen verwenden, auch hier. Sie sollen nur die Art und Weise sehen, es geht nicht darum, es zu lesen. Ich bin ein Riesenfreund von Papier-Prototypen. Papier-Prototypen haben zwei ganz wesentliche Vorteile. Der erste Vorteil ist, wenn Sie sich mit jemand von Ihrem Software-Entwicklungshaus an den Rechner setzen und einen GUL-Prototyp angucken, dann haben Sie in der Regel keine Chance, da mit drin rumzuändern. Sie sind davon abhängig, dass Ihr Gegenüber das tut, entweder live, wohl eher nicht, sondern dann bis zur nächsten Sitzung. Papier-Prototypen malen kann jeder. Und jetzt sehen Sie, das ist total schlampig, da ist nicht mal ein Lineal verwendet und so weiter. So muss das sein. Es darf kein Lineal verwendet werden. Das hier ist mir schon fast zu sauber. Da kommen wir nicht zum zweiten wesentlichen Vorteil von Prototypen. Sie wissen, was die größte Gefahr von Prototypen ist. Weiß jemand? Die bleiben. Genau. Prototypen haben die größte Gefahr, dass man den Prototypen zum System weiterbaut. Dafür war er nie gedacht. Papierprototypen kann man ganz leicht wegschmeißen, wenn man sagt, das hat doch nicht funktioniert. Und das tut man auch. Mit GUL-Prototypen ist es schon wieder schwieriger. Deswegen unbedingt so, wenn man jetzt bei mobilen Sachen kann man hier dann auch ein bisschen formaler natürlich weiterentwickeln. So, jetzt bin ich Ihnen auf jeden Fall noch eins schuldig. Ich habe vorher was zu Desirability gesagt. Wir haben ein bisschen reingeguckt, wie können Prozesse aussehen, was muss man wohl analysieren, was muss man sich angucken. Jetzt möchte ich Ihnen noch sagen, wie begeistern wir Anwender. Das ist ja das, wo am freien Markt zumindest, ich meine, wenn man Software für im Unternehmen baut, muss man jetzt vielleicht nicht begeistern, aber wie ich schon gesagt habe, es ist ja auch doch schöner, wenn man Anwender hat, die die Software sehr, sehr gerne benutzen. Also Funktionalität und Effizienz ist Grundvoraussetzung. Desirability ist schwerer, Emotionen, hedonische Bedürfnisse, also Schönheit anzusprechen, soziale Aspekte. Es gibt aber, wenn man mal in die Nachbarfelder, Wissenschaften guckt, durchaus Ansätze. Da zum Beispiel der Herr Tiger, deswegen Tigers Framework, der hat in The Pursuit of Pleasure 1992 mal ein Modell aufgestellt, wo er sagt, Pleasure kann man mindestens durch die vier großen Bereiche Psycho, Physio, Sozio und Ideology Pleasure aufteilen. können wir jetzt natürlich nicht in der Tiefe machen, aber es zeigt uns, auch dafür gibt es Strukturen. Man kann sich eben angucken, wie spreche ich die Ideologie an. Wenn wir wieder das Beispiel iPhone nehmen, das Gerät im Prinzip kostet doppelt so viel, wie es wert ist. Dennoch wird es verkauft. aber ich gebe auch zu, ich nehme es auch gerne in die Hand und ich habe fast immer noch gar kein Android oder sonstiges Device in der Hand gehabt, das ich gleich gerne in die Hand nehme. Physio Pleasure. Hier dieses Notebook, das ich verwende, dass man das Gehäuse aus einem vollen Aluminiumblock fräst, ist völlig idiotisch. Das ist für die Funktion einfach nicht notwendig. Aber es ist immer gleich, wenn ich es zuklappe, da gibt es keine Spaltmaße, das sitzt, passt, nimm es gerne in die Hand. Das heißt, man kann durchaus, oder Ideologie nehmen wir das noch mit rein als Beispiel, es war lange Zeit bei Apple so, dass eigentlich die Grafiker haben einfach Apple gemacht. Und es war schon auch so, oder auch beim iPhone ist es so, wenn man ein iPhone hat, gehört man irgendwo auch dazu. Also es gibt durchaus was, was man ansprechen kann. Ein neuer Trend, den ich eben noch sagen, noch kurz vorstellen will zum Ende, ist Gamification. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal davon gehört hat. Gamification ist gerade sehr aktuell. Was versteht man darunter? Man verwendet eben Strategien und Vorgehensweisen, die wir in Spielen vorfinden, verwenden wir um für spielfremde Themen, Ja, wir verwenden die Dinge, die man in Spielen tut, verwenden wir um spielfremde Themen eben genauso zu behandeln. Was kann das sein? Ich denke, es wird klar, wenn wir reingucken, da gibt es natürlich eine ganz, ganz lange Liste, aber zum Beispiel sichtbarer Status, Badges, also quasi Orden, die ich kriege. Da sagt man im ersten Moment, das will doch keiner. Aber wenn man mal genau hinguckt, wenn Sie sich, weiß ich nicht, ob sich jemand mal Runtastic, sagt das jemand was? Runtastic ist so eine Software, die Sie sich aufs iPhone oder auf sonst was tun können, die nehmen Sie zum Joggen mit. Danach laden Sie Ihren Lauf hoch. Und da ist sofort, wenn Sie also eine bestimmte Menge an Aktivität pro Woche hatten, dann rutschen Sie in der Rangfolge eins nach oben. Ich kenne es auch ehrlich gesagt aus Entwicklungsabteilungen, wenn wir früher so Release-Zeitpunkte hatten, dann gab es immer ein Ranking, wer wie viel Fehler behoben hat. Klar. Oder was ja jetzt, also unmittelbare Rückmeldung zum Beispiel ist, was sich eins zu eins übertragen lässt auf Usability. dass ich sofort sehe, was das, was ich getan habe, für eine Auswirkung hat. Dann Epic-Meaning ist was, was Unternehmen heute wieder viel ernster nehmen. Unsere Vision. Das Unternehmen hat eine Vision. Selbst eine Abteilung gibt sich für das Jahr ein Ziel. Wir arbeiten daran, zu sagen, am Ende des Jahres wollen wir da stehen und darauf schwört man die Mitarbeiter ein. Das sind alles Mechanismen, die im Grunde genommen aus Spielen kommen. die aber im Menschen so tief verwurzelt sind, dass wir damit einfach Emotionen ansprechen. Fortschrittsanzeige. Wenn Sie heute bei Amazon einkaufen, haben Sie immer den Balken da oben. Wie viele Schritte habe ich noch, bis ich endlich fertig bin? Oder wenn Sie Software installieren auch, dass Sie sehen, ich bin bei Schritt 7 von 10 hoffentlich und nicht 20. Also da gibt es ganz viele Mechanismen, die man abgucken kann. Ein Negativbeispiel habe ich Ihnen auch mitgebracht, halbwegs aktuell Google Glass. Desirability. Ich meine, die Geschmäcker sind verschieden, aber das Ding ist wirklich nicht schön. Es sieht irgendwie nicht besonders aus. Finde ich, finden viele andere auch. Ich habe hier noch einen Text aus dem Internet genommen. Das jemand im Test geschrieben hat. Also Desirability, denke ich, muss man da schon mal ziemlich groß in Frage stellen. Functionality. jetzt, also die Worte stammen nicht von mir, verzeihen Sie es mir. Das ist aus techstage.de. Fett geil, aber fast nutzlos. Also da hat man seine Hausaufgaben nicht gemacht und dann kommen auch noch solche Pressemeldungen raus. US-Behörde hält Google Glass Trigger stundenlang im Kino fest, weil sie ihm unterstellt haben, er filmt den Film mit, der da läuft. Andere Beispiele, wo man sehen kann, wie man es vielleicht besser macht, Badges für viele Push-Ups, da gibt es so Fitness-Dinger. Aber, also das hier dreht sich im Prinzip, ja, Vergleich veröffentlicht bei Facebook übrigens auch. Man sieht immer, wer hat wie viel gepostet. Oder auch bei Xing, bei mehr Business-Netzwerken. Da zählt heute Aktivität. Wer nichts postet, ist tot. Er wird nicht wahrgenommen. Okay, formulieren wir es. Ja, 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 genau. Richtig. Aber es ist so, wenn wir auf Soziopleasure, was wir vorher gesehen haben, Go Fast, Post Publish Sooner. Das ist schon so ein Trend, den man sehen kann, aber dem muss man auch nicht folgen. Und witzigerweise habe ich erst heute gehört, also was sind vielleicht Dinge, die Sinn machen. Google hat jetzt gerade irgendwie Android Wear und Android Watch veröffentlicht und witzigerweise haben sie Design-Leute hingeschickt. Also die ersten Uhren, die jetzt rauskamen, ich glaube von Samsung und LG, sind quadratisch hässlich oder quadratisch praktisch hässlich, keine Ahnung. Wohl, ich habe sie noch gar nicht gesehen, aber das ist so, habe ich gehört. Also sie haben aber jetzt schon das Dritte, das sie dann machen, wenn also die Technik stabil ist, machen sie mit Motorola und da wird wohl extrem auf Design geachtet. Also die machen natürlich ihre Hausaufgaben auch. Jetzt waren das Beispiele natürlich aus dem Consumer-Bereich, die interessieren sie vielleicht nicht so, findet Gamification sonst noch irgendwo statt? Ja, zum Beispiel bei SAP, wenn Sie da mal reingucken, gab es schon 2011 zwei Talks, dass die Gamification im Unternehmen, also auch gar nichts mit Themen, die Sie nach außen tragen wollen, Marketing oder sowas, sondern Sie setzen es im Unternehmen ein. Als Beispiel gibt es auch ein Video für die Vertriebssteuerung. Ich glaube, die heißt Lead in One, heißt sie. Genau, Lead in One. Und was wir da machen, ist schlicht, dass Sie einfach visuell auch darstellen, lieber Vertriebsmitarbeiter, du kannst nicht fünf Bälle gleichzeitig hochhalten, überleg dir aus verschiedenen Gesichtspunkten, welchen Lead du verfolgst und welchen nicht. Und da setzen Sie alle Mechanismen ein und man sieht eben auch, hier sehen Sie so in Richtung Rangliste und so weiter. Können Sie sich im Internet vielleicht mal angucken, wenn Sie lustig sind im Nachgang zu dem Vortrag. Was können Sie mitnehmen? Ich habe versucht, so ein bisschen breit zu sagen, die Menschen sollten uns wichtiger sein, wir müssen uns mit den Menschen beschäftigen. Der Prozess für Usability Engineering, UI habe ich hier nur geschrieben, ist mittlerweile eigentlich ganz gut verstanden. Ich sage nicht, dass er gut umgesetzt wird, schon überall. Aber man wüsste, was man eigentlich tun müsste. Das ist eigentlich schon, denke ich, ganz gut. Integration von UI und agilen Methoden ist ein Thema, das ist gut möglich, aber das wird noch wenig gemacht tatsächlich, obwohl es an sich vom Prozess her sehr, sehr gut passt. Aber das ist halt, agile Methoden selbst sind natürlich in größeren Softwareprojekten ja noch relativ neu. Insofern wird das noch ein bisschen dauern. Und am Ende habe ich Ihnen einfach noch mal, das war mir auch wichtig, dieses Thema Desirability, nachdem ich es am Anfang so gesagt habe, aufgeschlüsselt, um auch klar zu machen, da gibt es Themen, die man auch in Unternehmen treiben kann, die auch im Unternehmen bestimmte Projekte, Produkte sehr attraktiv machen können. Für die Anwender, Design for Pleasure und eben zuletzt Gamification. Und damit wäre ich auch am Ende, ich glaube, ich habe ein bisschen zu lang geredet. Entschuldigung. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.